Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge von The Invincible. Ich kann natürlich nicht einfach immer irgendwo Pause machen, denn es gibt gar keine Möglichkeit zu speichern. Das Einzige, was du machen kannst, ist laden und dann wirst du zurückgesetzt auf irgendeine bestimmte Position. Es ist also ein Iron Man Spiel. Es gibt keinen Zwischenspeicher. Es gibt Kapitel. Und das bedeutet, ich zocke ganz viele Folgen hintereinander. Und ja, stellt sie euch einzeln vor. Das heißt, ich bin schon viel weiter, als was ich zuletzt hochgeladen habe. Ah, ich habe den Top. Der Doktor hat etwas Neues von hier heraus herausgefunden. Etwas, was er anbietete, Büschen. Hm, ich habe das schon vorher gehört. Von hier aus, Punkt 4, bislang der größte Wassertank, riesige vertikale Struktur. Sie ragt über die Oberfläche, Wassertank. Hier sind wir eigentlich bislang die größte, 150 Meter im Berg markiert. Von Punkt 4 aus sichtbar. Atimut, 350, Entfernung, 200. Du erinnerst dich nicht, sagst du ihm nicht? Interessant. Möchtest du ihm nicht sagen, dass du dich daran nicht erinnerst? Dass du deine Glaubwürdigkeit verlierst, hm? Hallo, kleinere Glaubwürdigkeit. Okay. Sieht nicht natürlich im Ursprungshaus, oder? Punkt 5. Von Punkt 4 aus sichtbar. Atimut, 350, Entfernung, 200. Punkt 5. Oh, guck mal, vulkanische Aktivitäten sind da. Oh, was ist das denn? Schwarzer Busch. Got it. I see the bushes. And the Doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the Doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own two feet. I suppose a probe will carry out the first task. Is it capable yet? Of course. I said the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Okay, super. Man sieht wirklich nichts. Keine Chance. Wenn der Doktor irgendwo da hinten liegt, dann können wir ihn nicht sehen. Ja, ich würde sagen, ich muss wieder komplett nach unten klettern, oder? Es gibt keinen vernünftigen Weg nach unten. Und hier ist extrem alles vulkanisch aktiv. Wie ist der Mann da hingekommen? Oh, das ist die Brom-Äh-Probe. Das war ein Scherz. Es ist eine Folge der Zeit. Das nennst du sicher, Bolli? Das sieht aber nicht sicher aus, oder? Oh, wir haben ein Problem. Absolut. Was ist das? Ich habe bereits erwähnt die Faulte Machines, nicht wahr? Na, die Route, die durch den Algorithmus, geht über ein Chasm. Ich kann wiederholen die Kommande. Nein, nein. Ich werde es um. Unfortunately, das ist ein Modell ausgesprochen. Such Fehler sind nicht wahr. Aber das Modell Perception hat sich bereits sehr verbessert. Ganz vorsichtig. Das ist eine Diskussion. Meine Position ist sicher. Ob wir eine Diskussion führen, tun wir, oder? Menschen werden an Fähigkeiten gewinnen, die Maschinen werden ihre Rechte bekommen, Roboter werden anfangen, Roboter zu schaffen. Das ist wahrscheinlich. Hey Bolli Ich gehe mal den Weg des geringsten Trümmerhaufens. Bolli ist bestimmt derselben Meinung. Bolli, wo bist du? Da! Dr. Gorski, are you here somewhere? Bolli! Rebecca & These bushes are...kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir? Of course. So they look like pituitary, brush-like formations? They grow out of cracks in the bare rock. They can be singular, though in some locations, they create a uniform dress is bigger than der kauf der wahl der ravine in a rusty brush like lehrer der high more or less von one two several meters hat's how it looks Beteiligungssystem, Energiegewinnung, Kolonialsystem. Hm. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to fight him. Okay, ich komme vielleicht nicht zurück. That's the unwritten rule. Isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else. But you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. I'd like to have a ball. I'd like to have a ball. I'd like to have a ball. The flying taschen lamp would be very practical. Well, I'd like to have a ball. Oh yeah, das ist ziemlich ärgerlich. Wo ist Wally? Kann der bestimmt nicht bedienen, oder? Ach, egal. Egal. Ich zweifle, dass ich da was machen kann mit. Das Spiel hat nicht den einen Blick. Wirkt nicht so, als wäre es so interaktiv. Also, auf geht's in die Unterwelt, oder so. Wenn's ein Tunnel ist, dann... Das Spiel hat nicht so, als wäre es 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 so. Die Linie ist breaking up, aber ich verstehe. Ich werde dir wissen, Herr, wenn ich aus dem Tunnel komme. Wird sie jetzt echt da durchlaufen? Oh oh. Oh oh. Okay, wir sind wohl im Landanflug, in der Erinnerung. Jetzt ist aber immer noch die Frage, warum? Oh oh oh. Already at 12,000, throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over. Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. Das hat sich wie eine saubere Landung angefühlt. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Okay. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ha? Naja. Ich bin ja nicht der erste, hier ist Käfer. Und das ist Hopper, oder wie? Ich bin ja nicht der zweite Landung. Unsere Menschen sind noch auf diesem Planeten. Ah, sehr gut. Ich bin Angst, dass sie versuchen, zu fliehen. Sir, etwas ist falsch. Was ist das? Der Hatch ist halbiert. Sie haben eine Verkaufung der Hydraulik? Wie soll ich wissen? Du warst die letzte Person in Kontakt mit der Crew, Doktor. Genau. Okay. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie nicht starten können. Wir haben nur noch einen Lander. Ich bin ja. Wir sollten nicht hier sein. Wir schaffen das. Ach Gott, hier. Okay. Wunderschön, oder? Okay, das war jetzt schlecht. Jetzt hat er natürlich zweimal gleichzeitig gesprochen, weil wir das Meer gesehen haben und so schön ist. Ja, Ladies and Gentlemen vom 11-Bit Studios, das müsst ihr nochmal fixen. Würde ich sagen. Aber ey, halb zu wild. Es wird nicht mal Punkte abzugeben bei mir, so eine Kleinigkeit. Im Minimalen. Okay, ich hatte einmal schon das Problem, dass ich laden musste. Das hat man in der, ich glaube in der zweiten Folge gesehen. Ja, in der zweiten Folge sah man das. Da musste ich dann was schneiden, weil das Game eingefroren war. Weil da in dem Buch nichts angezeigt wurde. Aber nee, nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Das ist ja. Das ist ja, wo sie suchen die Oceans-Biocenosis. Das bedeutet, oh, wo sie das Fisch an llamen, was? Ja. Ja. Ich bin hierher. Ja. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Könnte ich mich dagegen entscheiden? Könnte ich sagen. Ich gehe einfach mal da lang, wäre das möglich. Würde denn ... Ne, ne, kann es nicht lang gehen, hier ist ein Weg aktuell. Keine Möglichkeit. Müll. Hier hat jemand geraucht, jemand hat sich wie zu Hause gefühlt. Da muss ich widersprechen, beides ist wichtig, ich stimme absolut. Geht's gut zu, wir widersprechen mal, oder? Regis 3 ist ein alienplanet, Astrogator, extinct oder nicht. Wir sollten nicht agieren, wie wir das Haus haben. Wegen dieser Art Artikel wird die Antiposien das Tod von jedem Planeten geworden. Bist du nicht exageriert, Doktor? Das klingt wahrscheinlich wie ein einfacher Soldat, aber ich glaube, dass wenn etwas bereits tot ist, das war jetzt interessant, ich habe gar nichts gemacht. Das rate wird der Camp within eine Stunde. So, continue. that's quite right in the biological sense never know what you're faced on a mission will our knowledge prove sufficient to comprehend what's alien to us or will we ever begin to understand it all we could even accidentally kill it sounds like quite far reaching assumption especially considering that we're talking about a harmless fag end at the far end of the known universe this report Wir können schneller sein, aber es ist nicht das einfachste. Anyway, zurück zu unserer Konversation. Ha, richtig. Ich bin ein bisschen verabschiedet. Aber trotzdem, wir sollten nicht auf die Mission reagieren. Auf das können wir, Doktor. Completely. Ich hätte hier etwas mehr erwartet bei Unreal 5 Engine, dass das Wasser sich ein bisschen mitbewegt. Aber es ist nur Geräuschkulisse. Es sieht zwar schön aus, aber ich erzeuge leider keine Wände und so. Naja. Da habe ich wohl zu viel erwartet. Ach so, ich habe anscheinend den schnelleren Weg gewählt, ja? Kann das sein? Egal. Wir könnten natürlich noch da lang gehen, das erforschen. Was soll das machen? Was würdet ihr tun? Würde jemand jeden Weg erforschen? Nein, wir haben uns jetzt für einen Weg entschieden. Also, wenn ich einen Planeten überfließen würde. Ich bin mehr und mehr überzeugt. Das ist etwas, was ich weiß, ist nicht das gleiche wie es existiert. Was kann es existieren? Ich muss mich, dass es ein interesser Meinung ist. Aber sehr selbst verweigend. Was ist das? Astrogator, habe ich gefunden, eine pekulierende, inorganische Struktur. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Oh. Uh oh. Uh oh. I feel nauseous, suddenly. Please don't touch me. Being on the surface is just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Please. Hang on. Alter. Liegt das an den Pflanzen? Oder war das jetzt Zufall? Ah, verdammt nochmal. Ach, guck mal, wen wir da haben. Borli, schön, dass du dich auch wieder dazugesetzt. Weil eher wir hier raus sind, desto besser, oder? War da irgendwas? Da ist doch was gewesen, ne? Letzter Tag, schon wieder. Letzter Tag, schon wieder. Alles klar. Ich hab das Gefühl, es war zu spät. Haben sie irgendwas, haben sie irgendwie reagiert? Was ist mit Marit? Was ist das? Wie geht es? Wie geht es? Haben sie wiedergängigte consciousness? Ich meine, vielleicht ein von ihnen gesagt was. Ja, aber leider sind sie noch nicht responsiv. Ich werde dir wissen, ob irgendwas verändert. Ich werde euch wissen, ob irgendwas verändert. Ich mache sie einen EEG auf sie, jetzt. Hm. Schön vorsichtig. Kletterseil. Ich werde hier vorher. Ja. War es weiter. Wie hat er noch nicht noch? Ich habe, nach dem. Ups. Oh Jesus Christus. Ich häng in der Luft, meine ich damit. Das könnte anstrengend werden. Hm. Ähm. Springen? Ähm. Echt? Ist das dein Ernst? Okay. Ich bezweifle das. Ich glaub schon. Nicht wirklich. Ähm. Ich bin mal optimistisch, oder? Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Habe ich eine andere Wahl? Ich habe eine andere Wahl. Ich kann keine Wände, kann ich? Hast du einen schweren Zeit, um deine Position zu halten? Ich stehe limp. All right. Lass uns einen Moment überlegen. Ich denke, wenn Gorski so dieser Weg ging und nichts verbreitet hat. Ja, wir wissen das nicht, Jasner. Er könnte auch immer mit Schmerzen gehen. Das war auf, wenn Fotos von mir zu machen. Und ähm. All right. So, do you have another idea? Oh, well, I'll be hanging like this until the end of time itself. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Ja. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Are you sure it will hold me? That I cannot guarantee. Okay. Lass uns versuchen. Es ist ein riskant... Es ist riskant... Nein, es ist nicht. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Zwei Meter voraus, ein Meter voraus, drei Meter voraus. Ich würde sagen, höchstens zwei Meter. Oh, cool. Oh, nicht kaputt gehen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wally hat uns den Hintern gerettet. Nach wie vor suchen wir Doktor Gorski. Hä? Oh. Oh. Maybe that's why Doktor Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. But these structures form entire multi-story complexes. They look like... A city. Are you saying that... No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. Left or right. I saw... A city. Hmm. Hmm... Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going. Despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski He may not have respect for the unknown But he has his feet firmly on the ground Should be looking for a way back by now I think he must have discovered something And since he suffers from excessive ambition He's capable of stupid acts in the name of a breakthrough Well, I admit That sounds more like him You must trace his steps, Doctor I'm working on it Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski No, no Why are you asking? He tried to open up a connection Set up a transmitter No, there's nothing on the comms But I'll check the record history Please give me a moment Have you chosen where to go? I'm still wondering There's no time to hesitate, Doctor We need to take decisive action Oh jee Oh jee Oh jee, oh jee Ich gehe doch lieber den anderen Weg, oder? Ich will da nirgends mehr festhängen Ich weiß immer noch nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass man hier sterben kann Tiefe, ja I can't even see the bottom The structures go that deep Yes I dread to think What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe It will examine the bottom I'll let you know if Voll krass, ey Echt crazy Is something worth to live here? Yes It would have to be very small Like insects On the other hand There's no flora around to support such organisms All right I'll try to walk this kind of bridge Was ist in zwei Stunden? That's all, Gorski has left in oxygen The best And at worst? He's just finishing it up Though it all depends on his activity Er kann die Atmosphäre atmen Haben wir festgestellt Er sollte die Atmosphäre nicht atmen Ich kann nicht mehr Ne, auf jeden Fall Ja, genau Ich weiß, ich weiß Genau Genau Ganz genau Du hast gut aufgepasst Du hast gut aufgepasst Wow Okay Oh, vorsichtig Oh, guck mal Sie balanciert Oh echt Gehen wir da wirklich drüber? Oh, shit Oh, nein, ey Oh, shit Oh, shit Oh Oh Was soll das? Ich kann nicht gleichzeitig Den Ding benutzen und laufen Seit wann das denn? Oh Was soll das? Was soll das? Wir haben doch Blick, das geht doch Hab ich doch Hab ich doch Aber ich kann nicht Gleichzeitig laufen Den Detektor Leck mich an den Füßen Jetzt langsam reicht es mir aber Hier Was soll denn das? Das ist doch der Weg Oder sehe ich das nicht richtig? Ich würde sagen Wir gehen hier so quer Verdammt nochmal Echt Also irgendwas mache ich falsch Mit diesem Mist Wahrscheinlich sollst du da gehen Wo das Metall nicht ist Kann das sein? Ach, ich weiß es nicht Okay Okay Ja Jetzt noch die Brücke überqueren oder wie? Oder jetzt cut machen Ich muss eigentlich schon längst cut machen Die Folge ist schon längst Überzogen Ich muss hier cut machen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Glaube ich wieder Oder ist das Kapitel Ach komm Komm Die Brücke nehmen wir noch mit, oder? Die Brücke nehmen wir noch mit So Jetzt versuche ich es nochmal Indem ich diesmal Nicht auf das Loch trete Sondern ich versuche es nochmal so Okay Also Wenn es hell ist, ist es schlecht Kann ich das richtig Verstehe ich das richtig? Dann versuche ich es mal so Okay Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Da unten drunter ist Eine Struktur zu sehen, ne? Ey, die wird jetzt sterben Ich sehe es nicht Scheiße Das ist ja furchtbar Es gibt keinen normalen Weg hier drüber her, oder? Der funktionieren würde Das ist ja furchtbar, ey Ist ja irgendjemand Jemals drüber gekommen Ohne einzubrechen Verdammt nochmal Oh, bugger No confirmation again I report I've made an amazing discovery Geometric structures The thicket of bushy Pointed rods and slats Mostly iron But not only Molybdenum Carbon Tungsten Altogether similar to a giant Integrated circuit A million swarm of tangled cables Not a trace of Electric current Polarity Not even residual magnetism Maybe once upon a time Centuries ago Petawatts or exawatts of power Flowed this way To compare with something It's probably a machine Some kind of information Collective structure Maybe it was some kind of electronic brain It makes me think of the Lyrans A race of extinct sentient beings Supposedly they knew about light astrogation Before we invented the wheel They had to save themselves From the explosion of Nova They send ships The remains of the remains of those ships Have been found ash to a chip Glued together I've seen hypothetical schematics The structures here remind me of those Okay Moving on Readings Well that's it What follows is just a humming noise Any thoughts doctor? So far it all leads to one conclusion This is not a place for a man Nor for any humanoids Then who is it for? Maybe it's really an alien technology Those Lyrans As far as I know All information about the Lyrans Civilization is just guesswork Many consider Lyrans to be just a myth So I wouldn't take it too seriously Hmm Well I think there might be something to it By the way You were right doctor Gorski did lose himself in his discovery In spite of everything Okay Ich guck mal Dass ich hier cut machen kann Sonst geht das hier immer weiter Und die Folge wird Viel zu lang Ich kann das gar nicht Ich weiß gar nicht Wie man hier bremsen soll Du kannst das nicht aufhalten Du kannst das nicht Also wir sind's in der nächsten Folge Von Seen Winzebel wieder Leute Haut rein und bis zum nächsten Mal Und danke fürs Zuschauen Bye bye